Also wir haben zum Beispiel kombiniert, um unser Wissen mit Wanderungen hinauszutragen in die Dörfer. Die Arbeiterbewegung war in den Städten stark. In den Dörfern war vorwiegend Landbevölkerung und wenige Handwerker. Um auch dort Einfluss zu bekommen, sind wir von der sozialistischen Jugend mit den Fahrrädern hinausgefahren in die Orte, haben dort Veranstaltungen gemacht, haben versucht die Leute mit einzubeziehen und haben bei diesen Kulturveranstaltungen mit Reden versucht, den Leuten klar zu machen, was bedeutet Faschismus, was bedeutet, wenn ihr Hitler unterstützt, also in dem Fall bei uns Hähnlein, was bedeutet das. Das war Aufklärungsarbeit und wir hatten ja auch eigene Agit-Prop-Gruppen, die darauf ausgebildet waren, mit kulturellen Mitteln etwas zu erreichen, was man mit Reden allein nicht erreichen kann. Wir waren uns damals bewusst, dass es nicht nur darauf ankommt, den Intellekt des Menschen anzusprechen, sondern wir wussten, der Mensch ist etwas Ganzes. Der besteht auch aus Emotionen und aus Triebkräften. Und mit der kulturellen Arbeit, mit unseren Agit-Prop-Gruppen, da sprachen wir nicht nur den Kopf des Menschen an, sondern den ganzen Menschen. Und das hat, wie ich meine, doch seine Wirkung gehabt. Und das hat, wie ich meine, doch meine Wirkung gehabt habe.